Mein Name ist Andreas Beck, ich habe Physik studiert, bin begeisterter Physiker und freue mich das Wissen weiterzugeben. Bin hier als Professor tätig im Studiengang Bauphysik und habe ganz ganz viele tolle engagierte Studierende. Mir macht besonders Spaß mit den Kindern zu arbeiten. Wenn sie hier die Vorlesung beginnen und in 300, 400 fungelnde, mit Spannung geladene Augen schauen, dann sind sie dermaßen aufgeladen vor Freude und freuen sich die Freude dann über die Experimente und die Dinge, die sich hier vorne dann entzaubern, abspielen zu können. Mein Name ist Max und eigentlich heiße ich Bernd Zeichler, ich bin Professor hier an der AfD Stuttgart für Bauphysik. Besonders Spaß an der Vorlesung macht mir mit den Kindern zu interagieren, die haben so viele tolle Antworten und Vorschläge. Wissen weitergeben, dass man sich angeeignet hat und es sich selber mit Freude erfüllt. Musik 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 Musik